Roland Dickgießer ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Sportlicher Werdegang Roland Dickgießer verbrachte zwischen 1978 und 1994 seine gesamte Profilaufbahn beim SV Waldhof Mannheim. Sein Name steht auch heute noch für die erfolgreichsten Zeiten der Kurpfälzer. 1983 gelang Dickgießer mit den Waldhöfern der Aufstieg in die Bundesliga, in welcher er bis zum Abstieg im Jahr 1990 als Führungsspieler agierte. Beste Platzierung war im Jahr 1985 der sechste Platz, bei dem die Mannschaft von Klaus Schlappner nur knapp die Teilnahme am UEFA-Pokal verfehlte. Ein Jahr später erreichte Dickgießer mit Waldhof Mannheim das Halbfinale im DFB-Pokal, unterlag allerdings dem FC Bayern München. Als Spieler der U21-Nationalmannschaft erreichte Dickgießer ein 1982 DK-Sekunden-EM ins Spiel gegen die Auswahl Englands. Als Trainer betreute er unter anderem die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim, wo er nach der Entlassung von Hans-Dieter Flick im Jahr 2005 auch als Interimstrainer der Regionalliga-Mannschaft tätig war. Bis 2011 war Dickgießer Trainer des oberligisten FC Astoria Waldorf. Parallel arbeitet er bei dem Waldorfer Softwarehersteller Sepp. Roland Dickgießer ist Ehrenspielführer des SV Waldhof Mannheim. Statistik Fußball-Bundesliga 208 Spiele Zweite Fußball-Bundesliga 254 Spiele 5 7 7 8 9 14 14